Kistchen und damit herzlich Willkommen im Vanda Metropolitano, dem brandneuen Stadion von Atletico Madrid. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Vitolo mit der Stirn. Weißverschalten, gerade der Anpfiff und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Einkopfball. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel, es fehlt die... Das Foul war eindeutig im Strafraum, die logische Konsequenz kann nur Elfmeter heißen. Der Schiedsrichter zeigt tatsächlich auf dem Punkt, es gibt Elfmeter. Damit haben sie eine Riesengelegenheit in Führung zu gehen. Er macht ihn und Tico über die Seite. Bagali hat die Kuh... Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Er hat eine Menge Moral, um dagegen zu halten. Und dann belohnt die Mannschaft sich nicht und lässt diese... Probiert's. Einfach. Der Assistent lässt die Pfanne unten. Schenko. Und es ist passiert. Das dürfte definit... Das ist ein Riesengelegenheit. Oh, 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 oh!